Es ist wie, wie, es ist wie a way out. Ich hab geschossen, du musst es fahren. Stimmt. Stimmt. Ja, und ich hab es jetzt immer schon besser gefahren. Code Nuts, kümmern sie runter. Go, go, go! Oh mein Gott. Okay, invertiert ist die Steuerung. Alter, was ist das denn für ein... Unten und die fliegt nach oben. Oh, endlich kann ich mal scheinen lang. Nee, können wir nicht, können wir nicht. Oh mein Gott. Alter, durch den Burning Ring of Fire. Boost, let's go. Okay, ich booste jetzt komplett durch. Ich muss mich wieder aufladen, der Boost, scheinbar. Und da ist er wieder. Oh. Oh, oh. Oh, Alter. Oh nein. Oh, ich bin ein Rosen-Brand. Yo. Ich bin ein Rosen-Brand. Luf, eigentlich. Ich knallt sie ab, töte sie. Komm mal, kannst du nicht fliegen, oder was? Ich versuch's. Go straight. Oh nein. Oh mein Gott. Ich sehe gar nichts. Keine Ahnung. Ach, wahrscheinlich war das ein Hit. Ach, ich kann mich auch drehen. Ups. Oh mein Gott. Sag mal Bescheid, wenn ich da wieder was kaputt machen kann. Ja. Ich bin ja noch am Strugglen mit dem Fliegen. Oh. Geh nach vorn. Ach du Scheiße. Ja genau. Wie? Ich habe das im Griff. Mach eins kaputt. Wir wissen das ja. Schleller. Oh Gott. Geh da. Alter, der ist gerade abgestürzt. Wie? Ja. Oh mein Gott. Das ist schnell verursacht. Oh. Das fällt mich nicht leichter auszumeiten. Wenn du das ein bisschen nicht treffen kannst. Ich versuche. Alles. Das ist meine Schuld. Okay, let's go. Schön. Es hat wenigstens Spaß, in der Untergrund rumzufliegen. Oh, ich seh Licht. Oh mein Gott, wir sind endlich draußen. Jetzt fliegen wir ins Fenster rein. Alter. Nevermind. Willst du das? Nee. Oh mein Gott, ich battle mich jetzt mit dem da oben. Zeit, zu sagen, Gebeid an der Tal. Ich kann nicht erwarten, zu schmacken, dein roten Gesicht. Ich kann nicht erwarten, zu kacken, deinen führten Arsch. Führten. Oh nein. Das ist ja wie Street Fighter. Alter. Oder wie es heißt. Aha. Dann strenge ich mal ein bisschen an. Wait. Ach, du musst immer noch lenken? Ja. Alter, er hat irgendwie Shadokan gemacht. Nein. Ja genau, pass auf. Das ist jetzt nicht einfach. Oh mein Gott. Lange nicht an. Ich glaube nicht. Ja, let's go. Jetzt lenke ich ihn dann auch. Warte, 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 warte. Endlich. Wie ist das? Ich habe meinen Langgrund verloren. Du verlierst gerade dein Leben. Oh! Oh nein! Wie bei Madro Party! Es ist wie bei Madro Party mit dem fucking Bügeleisen. Kanal, Junge. Kann ich weiter links. Ich auch nicht. Wie viele Fahrräder fliegen hier rum eigentlich? Der Baum wird abgewolzt. So was von, Junge. Oh, macht ja gar nichts. Was? Ja? Und Crash. Ne? Okay. Okay. Ach, wir fahren rechts lang. Ups. Nochmal komplett von vorne, oder? Hast du jetzt nein gesagt? Ja, wir gehen jetzt rechts runter. Okay. Yo, wo sind wir eigentlich? Wir sind gerade durch 25 Bäume, glaube ich, durch. Okay. Was ist auf dem Baumhaus? Alter. Alter. Die Steuerbung. Okay. Schaue für die Tür, Junge. Okay. Ja. Denkt jetzt, ich bin tot, oder so. Schau, wer habe ich gefunden. Moon-Baboon. Erinnerst du ihn? Oh. Oh. Hast du wieder diesen Kopfschmerzen? Okay. Ich werde dir nicht beschäftigen. Aber wenn du dir besser fühlst, vielleicht können wir mit Moon-Baboon wieder spielen. Und alle anderen Space-Tools, die du kannst. Alter, ich pennen! Halt deinen Maul! Und geh! Wir haben sie seit langem gespielt. Nein. Oh. Ich habe mit dem Vater gesprochen. Ich denke, er möchte, dass du wieder Freunde geworden bist. Ich wollte dich nur wissen. Was denkt ihr denn, was ich mache? Ja, komm, Alter. Ja, geh. Geh mit Gott, okay. Na ja, sie kann ja auch. Menschen in Puppen verwandeln. Meine Kuh hat sie nicht geerbt, muss ich schon sagen. Ne, meins aber schon. Hey. Moon-Baboon, Junge. Moon-Baboon. Gehen wir den auch fighten? Die hat da unten Snake gezockt, hast du es gesehen? Ne. Ich dachte gerade, wir verkacken. Ja, ich auch. Und jetzt kotze ich erstmal. Das war's. Das war's. Das war's. Ja. Das war's. Das war's. Ja, 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 ja. Du wirst dich nicht geworfen. Oh. Warum nicht? Sie ist unsere Daughter. Na ja, kannst du mit ihr reden, ohne uns zu kämpfen? Natürlich kannst du nicht. Rose ist kein Problem. Sie ist. Du siehst, ich glaube nicht, dass du bereit bist. Warte, ist er zu uns zu stoppen? Ich glaube, dass er ist. Und werden wir ihn lassen? Nein. Ganz schön staubig. Freudentränen vielleicht. Stimmt. Digga, was ist das jetzt schon wieder? Der snipet uns jetzt aus dem Leben. Dafür schnauft er! Vor allem, war das jetzt das Buch? Nein, ich glaube nicht. Hey, das nächste Spiel gegeneinander. Das nächste Divorce-Game. Was? Ach, null. Hä? Was? 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 Du hast dich vor allem abgefreut über... Oh, Lavalumpe. Oh, Lavalumpe. Jetzt hat sie Kreise. Ne, jetzt hat sie Kreise. Jetzt hat sie wieder Kugeln. Dinger. Jetzt wieder Pixel. Was ist die Hölle? Was ist die Hölle? Scheiße. Warte. Warte. Warte, Warte. Warte. Okay... Ah, erst mal hängen. Oh, erst mal hängen. Erst mal hängen... Wie riesig ist eigentlich ihr Zimmer? Ach, glaube. Äh, vielleicht die Lichter auf ist besser. Nö. Hast du Angst im Dunkeln? Mhm. Prossi. Das Buch hatte recht. Chicken. Muck, 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 muck. Ist es da unten? Hey, May! Schau diese aus! Leute, was?! Was sind diese? Ich habe sie nie gesehen. Ich habe sie zu Rose. Ich bin der Joker, wenn ich nicht spiele! Was?! Was?! Ist das lustig jetzt? Oh mein Gott! Lava! Warte, ich bin nicht aus dem Platt! Wie geil! Hey Vincent! Oh oh! Du denkst, du gehst weg mit dem, was du mir getan hast? Komm schon, Leo. Du bist immer schuldig über das? Just drop's schon! Bist du verrückt? Ich werde ihn nie drücken! Du bist nur schuldig! Oh ja. Was sollst du tun? Ich werde deinen Scheiß schreien! Du machst nichts. Du bist groß, Leo. Gott verdammt! Und so smart wie immer. Ich sehe dich. Geil! Krass! Prison Breakers! Plastic Prison Breakers! Also Plastic. Das war ja mal richtig geil gerade. Vor allem, wenn man das erst gespielt hat. Ja, ist so. Das war so ein geiles Spiel, Alter. Vor allem, dass die ja jetzt lebendig waren und miteinander geredet haben, ob es eigentlich nur Spielzeuge sind. Das ist so schlimm. Scheiß hier, Alter. Yay! Oh nein! Okay, falsche Seite. Ist das Pong? Enter Password. Oh, Wordplay. Schön. Oh, es hat etwas zu tun mit Hacken. Oh, es hat etwas zu tun mit Hacken. Ah! Was? Override. Ach so. Jetzt checke ich's. Ach, ich bin rot. Ach, wir hacken grad. Anscheinend. Ich bin nicht rot, aber bin immer grün sonst. Es ist nur ein Spiel, Cody. Ah! Der欸! Wir machen ihn höher脾igen,的是 Lachen. Ah! Tis negativ gelesen! Was mehr Joel? Ah! Aber bitte nicht otros limitieren! Ist ja erklärt. Was denn hierzu? St� erst! Es ist so schwer! Kann es nicht machen! iy'r!! Okay... Wir können es gar nicht schaffen, scheitbar. Was passiert? Paul, ich weiß nicht, aber ich mag es nicht. though... Lade mir da ins Traum. Ah, aber Tanzfläche sind jetzt. Ah, Boomba Boomb. Boomba Boomb. Wie kennst du meinen Namen, Traitor? Weil ich dich in das Space Museum gebracht habe. Lieber! Rose hat mich in das Space Museum und hat mich für eine spezielle Mission verpflichtet. Ich bin der einzige, die Rose aus der dunklen Seite des Universums schützen kann. Wir sind auch bereit, um zu retten Rose zu retten. Als sie Eltern, wir... Stop lying! Ihr Mission ist, um sie zu schünen. Wir brauchen wirklich diese Tears. Die größer, die besser. Was ist das Planet? Nein, 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 nein. Es ist ein Verständnis. Wir brauchen nur ein paar Tears von Rose. Du wirst nicht ein Teardrop von Rose. Alter. Du wirst hier immer wieder getrunken. Ach, das ist der, der so geschnauft hat. Wir werden dir einen Weg finden. Mit deinen kleinen Stummelfüßen. Hast du mal deine Füße angeguckt? Oh, Cody! Don't be stupid! Wir sind nicht im Raum! W- just... W- just... Wo sind wir? Hör, Rose und ich... ... haben so viele Male mit ihren Space-Strahlen gespielt. Ich muss sie einfach finden. Oh! Hör sie raus! So wie die wieder laufen? Ich glaube... Oder? Ich hab keine Ahnung. Cody! Ich hab keine Ahnung... Wie viel wirklich... Was du jetzt? Da musst du gehen! Hör sie raus! Oh, sag mal... Dann musst du Cosmic Inflation! Und... ... ... ... ... ... ... Kannst du fliegen jetzt? Geil. Du bist Ratchet und Clank. Alter. Ja! Es ist alles Ratchet und Clank. Jedes Spiel, was danach kam, hat darauf aufgebaut. Cooler denn Jungs. Was hast du gesagt, ne? Was hast du gesagt? Ich... Bonk. Guck mal, was ich da mach. Sache. Oh. Ich bin in die Upside Down. Ja, wie cool sich das aus hier alles. Meine Stimme. Ich hab dir ein bisschen die Tür aufgemacht. Ich hab die Pakete... ...hinterreden lassen. Welche Tür? Die. Okay. Hier geht's runter. Oh, ja. Oh. Ich glaub, da musst du drauf. Auf den riesig... Oh mein Gott. Oh, wie süß du leuchtest. Oh. Du Fettsack. Dann schau mal deine Stummelfüße an. Das ist doch mal zehn. Hey. Ja. Ich hab vier Finger. Ja. Das ist eine Kontrollruppe an der sehr Topie. Wenn wir da kommen können, glaube ich, wir können es hier rauskommen. Ich hab vier. Oh. Oh. Der Mann hat keine Batterie. Ja. Stimmt. Ja, ich muss sie fixen. Hallo? Hallo? Kannst du da drin wieder groß sein? Ich werde es nicht ausprobieren. Ich bin ein Literal Ant-Man. Ich werde groß und klein. Ant-Man! Okay, ich kann nicht groß am Ende hier drinnen. Ab. Unter uns ist die Erde. Wie cool. Oder ist es bestimmt die Erde? Okay. Äh. Nein, die sind Sterne. Ah, nein, die müssen ja da draufschießen. Oh, wie bei Super Mario Genix. In die Portals. Alter, schon wieder 2D. Okay, muss ich jetzt hier? Okay, muss ich jetzt mal in jedem Portal was machen. Ich gehe zur Raupe. Oder so. Ja, jetzt das war eine Haube von einem Raupe. Oh, scheiße. Hä? Was habe ich jetzt gebracht? Boom. Oh, wir müssen jetzt zu zweit rein. Hahaha. Okay. Ich brauche dich leider. Außerdem muss ich mir auch Hillsteins machen. Ich weiß nicht, ich brauche das bestimmt auch für dich. Ja, wahrscheinlich muss ich das immer zu zweit machen. Das ist ja das ganze Sinn von dem Spiel. Da war ich glaube ich. Ach, keine Ahnung. Doch, das ist das letzte was es noch gibt. Es gibt nur 3. Ah, ja. Du bist so f***. Süß. Oh mein Gott. Hey, Space Lady. Das ist witzig, wie deine Stimme sich immer mitten im Satz verändert. Ich bin tot. Ja, stimmt. Ja, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist witzig, wie deine Stimme sich immer mitten im Satz verändert. Wow, was eine Idee. Okay. These space boots are great. Whoa. Oh, oh. Ich muss drehen, ja. Ich glaube, ich kann da jetzt unten mal richtig fett reingeboostet werden. Ja, weil du zu viel gedreht hast. Hä, wie weil ich zu viel gedreht hab? Ja, du darfst da oben die Fehler. Wir gehen mal bis zum zweiten Stern. So. Okay, wir gehen bis zum vierten Stern. Oh. Weiß ich jetzt nicht. Na, hör mal. Hopp. Und ich? Ist es mit mir? Du kannst ja, glaube ich, Voltjam, oder? Ne, normal groß, glaube ich. Ja. Ist auch ein Scheiß. Oh, kleine Ameise. Ups. Ich bin wie ein Ballon. Du Arschloch. Da stand so ein Put Down und ich dachte mir so, hm. Scheiße, Digga. Ja, Mann. Das wird jetzt was, ne? Oh, Englisch. Oh. 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 Okay. Warte. Warte. Welcher Weg ist da oben? Du bist okay, Mei. Schau, ich bin hier. Ich meine, ich bin hier. Oh. 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 Alter, da kriegst du ja einen Drehwurm. Ah. Hier so einer. Oh. Und jetzt wieder zurücklaufen? Wir. Ich hasse... Oh, ja. Der ist... Ih, deine Füße. Hey. Okay. 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 Ja. Wir haben das. Wir haben das, was ihr beide nicht kennen. Planeten. So. Oh. Oh. Hi. Hilf. Ich muss auf den Saturn. Oh. Dann auf den... Ur-Arnus, Digga. Oder keine Ahnung, Alter. In Uranus. Aber das war vielleicht was auf der... Uranus. Uranus. Also das hier ist Saturn. Ah, hier. Hier sind nochmal Planeten. Ja. Ich muss jetzt in Sisyphus machen. So viel. So viel. So viel. So viel. So viel. So viel. Du musst es... Ich weiß nicht, was du machen musst. Okay. Geh mal auf den. Warte. Ich geh kurz die Pakete weg. Launchen. Bank. So. Auf den nächsten. Ja. Und dann... Da hin wahrscheinlich. Warte. Rakete. Bonk. Es gibt bestimmt, dass wir mal alle Raketen... Safe. Aber wir haben bestimmt eine vergessen. Auf jeden Fall. Kannst du jetzt gleich eine Wand rauslassen. Und ich mach Gigavalljump. Und wir sind jetzt großer Bonk. Oh mein Gott. Also. Ah. Oh mein Gott. Ja gut. Krieg mal hin oder? Easy. Ja. 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 Okay. Zum Glück. Zum Glück, Herr Vater. An der Seite. Okay nice. Kommst hier hoch, ne? Ach du Scheiße. Du bist an der Seite. Du bist oben. Okay, das war... Das war easy. Okay, ich würde es sollte einfach ein ganzes Spiel geben, wo man so klein ist und sich groß machen kann. Das macht voll Spaß. Ja. Ja. Wow. 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 Just one portal left. 2 und 3. Ja. Jetzt brauchen wir noch die Rauche jetzt. So. I. Okay. Ähm. Oh. 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 So. Ähm. Du hörst auf den Ball und ich bring dich da rüber. Denke ich jetzt mal. Aber ich komm da auch nicht raus. Ja. Natürlich. Hüpfel. Äh Trampoline. Wieso? Du hast es. Ich komm da einfach raus. Ich komm da raus raus. Ich komm da raus. Ich komm da raus. Ich komm da raus. Sche mal raus. Der ist doch mal raus. Okay. Okay, wie kann ich da oben gehen? Bon Ich finde ja schön, wie wir dann halt echt immer da schon so stehen, so hingelaufen werden Yeah So, einer links, einer rechts Okay, stabil Das war ja ein Fail gerade irgendwie Erstmal Cancel jetzt Woah Das war's in the end of the end Oh, I really like being weightless It's like being in real space This is fun This, it's not my idea of fun So now we even have to argue about what's fun I'm nauseous, okay? Throwing up is not fun Hey, 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 stop fighting you two Focus on the mission We're just trying to find a way out of this damn place You will only do that, if you collab Yeah, yeah, yeah Collaboration Blah, 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 blah Oh, blah, 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 huh? Yeah, yeah Blah, 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 ha? Okay, okay Just don't forget, yeah? Blah, blah Oh, shut up, you two Collaboration 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 Okay Äh, ja, Downer Shep up Nee, Downer kommen wir doch her Ja, stimmt, echt Du hast recht Ah, jetzt gibt's drei neue Ja Another set of portals Okay, Regenshirt Kissen Oder Rubik's Cube Ähm What's the world? Don't worry about it I will never let my curse run Ich hab nen Traumfänger Ich hab auch welche Ja? Ich weiß Hahahaha Hahahaha